Gegen Deutschland solide gespielt, gegen die USA, hat er auf der Bank und er der Stärkste unter den Schwachen. Seine Fähigkeiten ausspielen zu lassen ist sicherlich ein Muss, sieht nicht gut aus im portugiesischen Mittelfeld. So, da prallt Knie auf Knie. Nichts gegen Ehrgeiz, aber... Wir sind herzlich eingeladen, das mal auszuprobieren, parallel. Ja. Es geht viel über die rechte Seite.